Hallo zusammen, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel und dieses Video ist über Überschwemmung in der Ukraine. Also im Jahre 2020 wurde sehr große Überschwemmungsstand gebunden in meinem Land. Das ist mein Haus, das ist mein Keller. Und draußen ist etwas Schrägliches. Also gehen wir draußen und sehen wir den Fluss. Also es ist Überschwemmung. Also das ist kein Fluss. Der Fluss ist da oben. Es war nur ein bar hier. Und sehen Sie, das Wasser kommt aus einer kleinen Brücke. Dort ist eine Brücke und das Wasser kommt aus dem Fluss hier. Es ist mein Haus und wahrscheinlich oder vielleicht, ich bin nicht sicher, dass Überschwemmung kommt morgen zu meinem Haus. Werden wir sehen. Und jetzt gehen wir oben auf dem Dach. Dann können wir auch den Fluss sehen. Und jetzt sind wir auf dem Dach und der Fluss ist dort. Sehen Sie, es ist schrecklich. Es ist wie ein Strom. Und ihr habt schon gesehen, das Wasser auf der Strecke, auf der Straße. Wahrscheinlich kommt das Wasser näher morgen. Gut, ich hoffe, dass alles gut wird. Und ich wünsche Ihnen alles Gute. Subscribe to my channel, weil es werden neue Videos. Ich habe mir hier in den Fluss zu verletmen. Ich hoffe, es ist alles angeht. Wir gehen auf die Fluss, um es zu sehen. Und ich sehen Sie, was ist das, was passiert. Und wenn dir das, was passiert. Und dann schauen wir uns das, was passiert. Wir gehen weiter. Lettet Busch. Ich glaube, ich habe noch nicht gesehen. Ich habe hier einen Motokross. Hier ist es. Es ist ein Dürfen, weil es früher auch ein Motokross war. Ich bin ein Freund, ein Freund. Ich bin ein Freund. Ich bin ein Freund. Es ist noch ein paar Ort. Sie sehen, dass ich da noch ein Meter mit dem Mösen. Es geht auch ein paar Meter. Es geht auch. Das ist wieder ein paar Meter. Es ist alles fließt. Es ist ein Kulachkow, es ist ein Stadion. Es sieht schon wieder. Es ist auf der Straße. Es sieht, wie es alles ist. Es ist hier.